So schön ausgeruht auf der Bank, hier sind wir alle wieder heil. Barretz, mein Digger, ich seh das was kaltest, das wäre geil. Wir sind ja hier beim Automaten. Warte mal, ich kauf dir einfach neue Sachen, fertig. Auch ne Möglichkeit, hast ja genug. Können eigentlich immer nur drei Leute in einem Team drinne sein? Ja, es sind immer nur drei drinne. Das ist ja nur scheiße. Wir packen einmal, kommen einmal heilen. Kaufen wir noch mal die Güte. Die Güte habe ich eigentlich genug? So, dann packen wir erstmal das ein und dann sehen wir was wir noch haben. Nein, zack, zack, zack. Warte mal, TP-Boost war ja wegen Leveln und Teilen. Aber da solltest du ihm jetzt das von Eris reingeben, weil das schon mehr Punkte hat. Ja, dann kommt eh gleich das Mädchen, Mädchen, von daher. Oder so, es war nur ein Vorschlag. Ja, ja, ja. So, Glut. So, mein Shitboard ist auch schon wieder fast da. Fast ist er schon auf der Zielgeraden, ja? Ja. Guck mal, jetzt kriegst du noch Frost rein. Irgendwie stopfen wir Barret auch noch voll. Ja. Siehste, Glitter haben wir auch noch. Erst morgen bei mir hier. Hm. Zerstörung, Element, Widerstand. Dakra, ATP-Boost, Gebet. Hat er noch mal Gebet gemacht? Nichts berauschendes. Ah, siehste, das ist es um alle Gruppenmitglieder zu heilen. Es ist fast fertig gelevelt. Ja, beim ersten. Dann habe ich noch etwas, was für die Dings fertig ist. Ja, aber Gebet hat er wie viele Stufen jetzt? Vier? Ja, aber das ist schon mal wieder ein Materia mehr. Ah. Falls das so mitzählt. Äh. Ich glaube, da zählen nur die Grün. Achso, okay. Ja, egal. Zerstörung, Barriere, Durchbruch. Ja, okay, komm, Barriere, das kriegst du auch mal rein, damit wir das mal testen können. Irgendwie wählt sich mein Bot nicht ein. Was sieht hier noch gar nicht? Mal testen, ob hier überhaupt was ankommt. Ja, es kommt was an. Sehr schön. Aber ich sehe niemanden. Auch nicht schlecht. Gut. Dann wollen wir mal weitermachen. Ja. Barriere ist ein bisschen ausgestattet. Wir sind alle happy, glücklich, selig. Brett, gehen wir zur Seite. Und dann laufen, laufen. Hier mal im sauberen Schritt. Mal kurz gucken. Macht er auch das mit? Ja. Okay, jetzt zeig mir nur nicht die Viewerliste an. Ah, okay. Das ist unfair. Einfach so das Türchen zuzumachen. Die Tür ist verriegelt. Der Weg zurück ist abgeschnitten. Jetzt sehe ich wieder alle. Zwillingsfehler! Da ist er! Da ist er! Ähhh. Spielzeug für Dante. Mhm. Das Ding sieht ja mal schnieker aus. Ja ne? Mhm. Dann wollen wir mal gucken, was wir da rauskitzeln können. Na, dann kitzel aber nicht zu doll, nicht, dass du dich noch schneidest. Der sieht scharf aus. Gartus! Der musste jetzt sein, ja? Der Töte, das war gerade das Optimalste überhaupt. Aber der ist schon wieder nur für Magie ausgestattet. Das ist ja voll die Scheiße. Man, der sieht so dufter aus und dann nur wieder für Magie. Bringt mir gerade nichts. Aber hey, du hast ihn. Ja, ich hab ihn erstmal. Das ist schon mal gut. Ich hoffe, wenn ich den Teil durch habe, dass ich dann irgendwie dann frei rumlaufen kann und dann noch die Schwerter und so fertig machen kann. Ja, nicht nur die Schwerter, sondern auch die, ähm, für Barmuth noch. tiefer? Mit Mädchen, Mädchen! Ähm, bei mir kommt übrigens kein Foto an. Aber du, ist nicht schlimm. Warte mal. Ups. Kommt jetzt wieder Toren an? Gar kein Toren? War da ein paar hier? Nee. Okay, Aragorn hat das nicht verkraftet. Müsste aber kommen. Jetzt? Äh, äh. Muss ich vielleicht den Browser nochmal nachschlagen? Ah, nix als Schererei-Probleme. Bip, 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 bip. Du hast Toren. Das ist gut. Ich hab auch Toren. Das ist voll tragisch. Nicht so wie, äh, vorgestern? Äh, Sonntag. Sonntag. Hast du jetzt Toren? Nöp. Auch ne. Jetzt müsstest du es schon haben. Ja, ja, jetzt. Jetzt hab ich Toren. Sehr schön. Jedes Bündchen gibt ein Tönchen. Die macht gleich zwei. Mädchen, Mädchen hat aber kein BH an. Da sieht man. Alter, worauf Niki achtet. Nee, das ist... Ja, schlimm. Oh, endlich mal halten sie die Klappe. Da drüben scheint irgendwas zu sein. Wollt ihr raus? Ja? Ja? Lass ich aber nicht. Nein. Ist bei euch alles in Ordnung? Soweit ja. Aber wir stecken es nicht hier fest. Was sollen wir jetzt tun, Cloud? Sieht ziemlich kaputt hier aus. Äh, bisschen, ja. Was? Wenn alles vorbereitet ist, werde ich die Tür zu Sektion 3 öffnen. Obwohl, wo ihr gerade schon einmal zugegen seid. Warum geht ihr mir nicht einfach etwas zur Hand? Eure Daten werden sicher sehr aufschlussreich sein. Ich und dem helfen? Da hat er sich aber geschnitten. Lasst ihn uns einfach ignorieren. Das wäre vermutlich zwecklos. Wie ich Hojo kenne, lässt er uns nur vorankommen, wenn wir ihm liefern, was er will. Äh, muss ich jetzt Mädchen-Mädchen-Team machen? Es scheint gar so. Okay. Ja, Jung-Team-Mädchen-Team. Hm. Aber dann spiele ich tiefer nach. Geht ihm wieder was zu gucken. Wenn irgendwas ist, dann funkt uns an. Okay? Geht klar. Oh, Alizea hat uns geknuddelt. Ob mit Cloud, alles in Ordnung ist? Er benimmt sich schon länger etwas seltsam. Wieso kann ich mich fördern? Aber macht dir deshalb keine Sorgen. Aber stand dir im Weg. Hä? Wie geht es dir denn so? Ähm, alles im grünen Berg. Tja, die braucht kein Schwert. Die macht es mit dem Fußtritt. Ja, die hat einen guten linken Haken und einen rechten und einen linken Fuß und einen rechten Fuß. Mhm. Tja, Niki, wenn du da mal böse bist, ne? Ja, einiges zu sichten. Ja. Bin süchtig danach. Nach Knuddeleinheiten. Kriegste. Kriegste. Der Kriegste. Das ist vermutlich der Eingang zu Sektion 3. Sieht nicht so aus, als hätte die Türen im Griff. Sicher kann man sie irgendwie entriegeln. Lass uns mal suchen. Okay? Äh. Ganz ehrlich, ich bin da eher so der Vergutung, dass du, dass du mit einem dicken, fetten Haken tritt, weißt du, wenn du dein Limit benutzt, hundertprozentig auch aufkriegst. Oh, ja. Das denke ich auch. Na? Ausblänchen. Jetzt musst du einen Schluck trinken. Äh. Moment. Ich muss erst holen. Mhm. Äh. 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 Die wehrt sich. Die Flasche. Prost. Prost. Wollen wir jetzt hier mit die Quatsch... Also, die Quatschen brauchen wir noch, glaube ich, nicht. Ich könnte ein paar Hebelchen bewegen. Die kommen dann nach da hinten, die drei. Aber ich denke, ich muss die, glaube ich, informieren. Oder wechsle ich so wieder mit denen. Die Tür zu Sektion 3 haben wir gefunden. Aber sie ist noch verriegelt. Verstehe. Ruju hatte doch was von Vorbehaltungen gesagt, nicht? Ich denke, wir müssen das da bedienen. Das zentrale Kontrolltermine. Könnte sein. Okay, dann wechseln wir mal wieder. Ähm, Bäumchen, wechsel dich hier jetzt aber, hä? Ja, mein rechter, rechter Platz ist frei. Wen wünschst du dir denn herbei? Meine Frau. Nicht mehr lange, Schatz. Bett. Sitz. Der Geräusch sogar. Guter zogener Hund. Auch wenn's kein Hund ist. Kein Schalter in Sicht. Hier geht es nicht weiter. Dün, dün, dün. Ich glaube, wir laufen. Das heißt, wir müssen mit Mädchen, Mädchen widersprechen. Wir müssen die weiter machen. Kann gut möglich sein. Okay, mal gucken, wie sie hier überhaupt sind wird. Sieh mal, unten kommt man jetzt auch weiter. Juhuhu. Nee. Sagen wir, klaut Bescheid. Das hat er doch selber gesehen. Der Junge hat seinen Kopf nicht nur, damit es nicht in den Hals reinregnet. Ach, Mädchen, Mädchen. Steht wieder im Weg, hä? Ja, ja. Achso, nee. Das ist nur Wechsel. Gar nicht quatschen. Gut. Dann wollen wir mal gucken, wie sie da rüber springt. Genauso. Und Mädchen, Mädchen macht's wie Mädchen, Mädchen. Ja, sie muss ihrem Ruf treu bleiben, Schatz. Ja. Bum, bum. Okay. Definitiv. Das ist richtig Mädchen, Mädchen. Das ist Ultra-Mädchen. Ja. Toi, jetzt bin ich rübergejumpt nur für ne Kiste. Ja, aber die unten können jetzt auch rüber. Sieht so komisch aus, wenn sie da am springen ist. Das ist halt so Mädchenspruch. Oink, oink, oink. Ja, einmal bitte wechseln. Vielen Dank. Verstanden. Wie ist denn heute der Wechselsort? Wir gehen zum zentralen Kontrollterminal. Wartet, bis ihr von uns hört. Tiefer digitiert zu, Claude. Pff. Das ist aber eindeutig eine andere Serie. Ah, okay, schuld. Hab ich verwechselt. Entschuldigung. Ja. Das ist verrückt, meine Güte, doch. Genetische Informationen von Genova auf Lebewesen und Maschinen zu übertragen. In der Hoffnung, sich stärker zu machen. Ich hab dich eben durchs Sprechen nicht verstanden. Und Hojo scheint uns zu benutzen. Um seine Experimente zu vollenden. Hä? Dieser Mistkerl, was bildet der sich ein? Die Wesen hier sind so stark verdammt. Immerhin hat er eine Bildung. Auch wenn es nicht blöde ist. Ah, ich kenne ja noch so jemanden. Wir leben alle in einer Wunderland. In Alice Wunderland. Das ist das blöde Drecksvieh, was ich so nicht angreifen kann. Ja. Ja. Das ist das blöde. Ja. 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 Ja, ist gut! Ohlalalalalala. Das sah irgendwie so aus, mit der Perspektive. Gebet hat die nächste Stufe erreicht. Sehr schön. So, Barrett. Wo haben wir denn die Gebet? Äh, das ist glaub ich, ähm, ne Fertigkeit. Oh ja, das ist ne Fertigkeit. Naja, dann machen wir einfach Magie. Arschloch! Ja, Maschine. Indoskopisches Gehirngewebe. Oh, wenn mich das schon wieder anpieselt? Ich kann nicht ran! Ja, das Problem hatten wir ja schon mal. Nichts. Ach so viele Leute, Schweren. Ja. Ja. Wir lassen uns selbst zu schweren. Nein, mach ich nicht. Schweren Sieber, schweren Sie nicht. Also, ich verstehe. Die ist aber auch nervig, ey. Ey, das schluckt. Ja, zum Glück muss ich mir keine Molison nachmachen. Ich würde ganz schön ins Geld gehen. Oh ja, da wäre ich schon wieder pleite. Oder in die Ressourcen. Mhm. Jetzt ist Bud. Hat du wieder Bud gemacht? Mhm. Findest du das richtig? Ja, bitte. Ja, eigentlich noch nicht mal böse. So. Hier wird auch einigermaßen wieder aufgefüllt. Hier kommen wir aber noch nicht rüber. Hm. Ja, links war ein Schalter. Ein Hebel. Gut aufgepasst. Danke. Beifahrereffekt. Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, bringt nur nix, aber es tut sich noch was. Trotzdem würde ich gerne gucken, ob Red hier noch irgendwie was entdeckt. Wird erledigt. Aber wenn man sieht, dass kein Schalter vorhanden ist. Aber trotzdem lieber Red mal gucken lassen. Okay. Kein Schalter in Sicht. Hier geht es nicht weiter. Okidoki. Aber vielleicht dann bei den Damen. Tifa und Ares waren vor Sektion 3, oder? Vier Hebel. Für die vier Sektionen in der Walze. Zeit. Och, Red. Geh mal weg. Was passiert? Das gefällt mir nicht, was sie gesagt hat. Nee, nicht wirklich. Das klingt nach haue. Ja, sie sollen dabei vorsichtig sein. Okay. Tifa, bist du da? Wir haben das Kontrollterminal bedient. Die Tür sollte jetzt offen sein. Drin sind wahrscheinlich versucht Objekte von Hojo. Seid auf der Hut. Danke. Wir sehen es uns an. Ja, dann werft mal einen Blick rein. Nein, nee, da muss ich ja nicht rein. Hier muss ich rein. HUSSA! Zieh den Hebel. Das hört sich echt nicht nett an. Nein. Na, schlag, okay. Geht einfach ab. Ruhig, tiefer. Ruhig, tiefer. Ich weiß nicht, der Frau möchte man nicht bei Nacht begegnen, wenn sie schlechte Laune hat. Und die fängt der Ball noch nicht mal an zu gehöbeln. Sie weiß halt, wie sie es machen muss. Was haben die hier wohl gemacht? Das macht mich irgendwie traurig. Ja, dich macht so viel traurig. Da kommt was Neues. Da kommt was Neues. Ich weiß nicht, ob du dem knuddeln möchtest. Der sagt, der ist sicher aus. Ach, klein wenig. Ne, glaube nicht, Niki. Wenn ich es machen könnte, würde ich es für dich extra machen. Also hier sind ein paar mehr. Ich glaube, gleich geht es los. Ja, aber überall sind noch rote Lichter. Noch. Hä? Äh, Ares, ähm, Magie. Du kannst mal. Äh, Ares, ähm, Magie. Oh, das war quasi gleichzeitig. Mhm. Also da, wo die Frauen geschickt, wächst wirklich kein Kasten. Ne, definitiv nicht. Der Hund weiß definitiv, was jetzt Platz bedeutet. Das war aber eher Flugplatz. Ja, wie man es nimmt. Der ist ja quasi in die Umlaufbahn katapultiert worden. Yo. Curly Power! Die Frau geht aber auch ab wie ein Zepf hier, ne, alter Schwede. 6600, so viel habe ich noch nicht mal. Ich glaube, bei, bei Ares muss ich nur, äh, das normale Zeug nehmen. Na, Vitra vielleicht. Ja. Vicky, Bücken, Bücken, Bücken. Da. Weiter geht's nicht. Mehr konnte ich nicht machen. Da schmatzt irgendwas. Ja, da hinten. Guck erst mal. Ey, siehst du, hier ist nämlich Kiste. 5.000 Kiel? Yo. Ja, wer weiß, wofür du das noch brauchst, ne? Vielleicht musst du dich freikaufen. Reicht nicht Bücken? Das ist wirklich genug. Ach, das finde ich super, Niki. Das bringt doch eh nichts daran, vorbeizuschleifen. Das lass ich nicht tun. Klieg und Sieg. Keinen Schaden genommen! Yes! Das war ähm effizient, so kenn ich dazu. Ich hab mich selbst übertroffen. Boah das steckt bis hierher, das Eigenlob. Ah da ist noch ein Schalter. Hat mal einer Deo? Boah! Boah! Was ist das? Nee du weißt doch, Eigenlob stinkt. Computer sagt nein. Und weht die hier vorbei, ja ne ist klar. Ja macht mich mal fertig. Ah! Was schattest du weißt, wir haben dich ganz toll lieb. Ja mal mehr und mal weniger. Ab und zu muss man dich einfach wieder ein bisschen runter holen. Mhm. Runter holen. Mhm. So auf den Boden der Tatsachen. Mhm. Ich erinnere dich das nächste Mal dran, wenn du im Spiel stirbst Schatz. Ähm, da bin ich unten. Mhm. Sieh mal. Da oben können wir lang. Ich will aber da runter, da gibt's was zu kämpfen. Kommst du vielleicht noch hin. Weil die beiden Damen werden nämlich garantiert zu spär für die Rohre sein. Ja. Ja. Ja bei tiefer, äh, verständlich irgendwo. Und bei dem Vorbau? Ja. Bei Mädchen, Mädchen, die rutscht halt, äh, aus. Ja. Und fällt runter. Man liegt das hier auf dem Rücken und macht hier... Ne. Sah eben so aus. Also ich wäre ja, äh, an einer Mädchen-Mädchen-Mädchen-Stelle ja nicht, äh, gleich hinterher gelatscht. Ich wäre ja einzeln rüber gegangen. Ja. Sie landet auf der Nase. War ja klar. Mädchen-Mädchen voll. Sie sind aufgewacht. Aber nicht verdammt. Das ist gemein jetzt zwei. Ey. Schiebung. Das ist unfair. Och nein. Das ist komisch hier. Das ist so. Mädchen-Mädchen mäßig? Ja. Mann, hat der Mundgeruch. Ja, da kannst du mal gucken schon. Er sollte sich mal die Zähne putzen. Eris! Loli! Aber Vita reicht. Ja. Oh, definitiv. What the fuck? War das gerade das Wettbewerb? Ja, aber nicht, dass die Jungs und Tifa einen dauerhaften Schaden von diesem Heilboost liegen, ne? Na, wer weiß. Es wird aber Wasser tiefer. Mädchen, Mädchen, Power. Yeah. Oh, Niki. Voll die krasse Ansage. Ausgerechnet bei ihr. Die Punch dich weg. Mädchen, Mädchen, wenn die vor dir steht, dann fällst du eh in Ohnmacht. Das Mädchen, Mädchen, spricht mit mir. Ja, weil sie einfach so schön ist. So, jetzt holen wir uns noch die Kiste. Was wird da drin sein? Eine Zuckerstange. Nein, ein Megatrank. Och, Mädchen, Mädchen. Ich muss mal in diesem Weg stehen. Das kann sie ihm vortrefflich. Echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Na ja, rein geht's woanders. Wie ich Professor Ojo hasse. Ich gebe ihn nicht auf. Oh. Das war gemein. Ja, Michi, Michi versteckt sich natürlich dort hinten. Sie ist halt nicht gerade für einen Nahkampf ausgelegt, ne? Sie hat nicht so einen rechten Liefer. Toll, das war schon aus der... Okay, ich war doch zu Hause. Noch mal. Dieses Mädel ist so kräftig bei Magi, ey. Ich muss, das muss. Also mit Raketen auf zwei Mädchen schießen, ist echt nicht nett. Zieh mich unter sogar. Oh, Mann. Eigentlich müsste ich jetzt die Haare zu Berge stehen. Eigentlich? Ja. Mädchen, Mädchen, was machst du eigentlich da hinten? Riegelpiz mit anfassen oder was? Sie trinkt, äh, ähm, ein Häschen Kräuterbeer. Kannst du das machen? Ja, ich zeige euch, was ich kann. Das tat weh. Ach, das tat weh, Mädchen, Mädchen. Das tat weh, Mädchen, ist ziemlich kräftig bei so einer Sache. Es kommt halt drauf an, wo die Schwäche beim Gegner liegt. Aber wo ist gut? Ja gut, den Salto hat sich jetzt noch keiner überlebt. Nee, jedenfalls nicht mehr den, wo so kräftig jetzt ist. Nein. Also, ich würde es ja beurteißen, wenn ich jetzt irgendwie endlich mal eine Bank finden würde. Ja, dein Mana sieht nicht bei jedenfalls bei Tiefer nicht mehr so gut aus. Achso, da können wir hochklettern. Ob da hinten noch was ist? Wie ist der unten unterwegs? Jetzt ist die Frage, wo lang gehen? Ja, wo ist es verkehrt, lang zu gehen, damit man da zuerst lang geht, ne? Um Sachen einzusammeln. Wo ist ein Schalter? Ich weiß nicht, trauen sie denn da irgendwie nicht. Da darfst du gerade, glaube ich, nichts trauen. Ach, damit die Jungs dann durch können. Guck runter, dann weiß das Ding. Oh, sie springt zum Mädchen, Mädchen. Du musst aber erst die Tür vor und ich glaube es weiter noch aufmachen. Nicht von Pawlik. Transfusion initiiert. StichprobenTest beginnt. Eigentlich möchte ich noch nicht mal wissen, was dieser Stichbohnenbereich ist. Weil das klingt irgendwie schon nicht nett. Aber es ist glücklicherweise nur eine Stichbohnen. Naja. Du kriegst aber viele Tränke und Äther, alter Schwede. War nicht mal so schlecht. Kommt doch von mir, wenn man so lieb und artig ist wie ich. Stimmt. Komm mal kurz abspäuschern. Ey, beweist mir das Gegenteil, dass du es nicht bist. Wie, lieb und artig? Mhm. Das ist definitiv nicht lieb und artig. Ich hab auch von mir nicht behauptet, dass ich lieb und artig bin. Ich hab nur gesagt, dass genau das nicht lieb und artig ist. Ich hab nichts anderes behauptet oder gesagt. Jetzt gibt's wieder auf die Fresse. Experiment beginnt. Mitarbeiter, bitte entfernen. Experiment beginnt. Zum Angriff. Trotz, dass ich die umgekehrt bin. Du kommst dir doch schon so vor, oder? Tifa, die ein bisschen schneller erlegt. Ja, Tifa war schneller. Die hat nämlich bei Tifa keine Chance gehabt, ähm, festzuhalten. Ja, Tifa ist halt schneller. Ja. Shit. Ich hoffe doch sehr, dass ihr euch gut amüsiert. Oh ja, tierisch. Oh, trefflich. Ich sag, ich knall dich ab. Das bringt nichts, Barrett. Vorsicht, du könntest das kugelsichere Glas zerkratzen. Die Begegnung mit ihnen scheint ihn nicht merklich beeinflusst zu haben. Ey, wo willst du hin? Das sehen wir vermutlich gleich. So, das sehen hat er eben gemeint. Mhm. Wir haben ja nun drei von denen, die sein Interesse haben, ne? Mhm, richtig. Oh, nicht schön, wie das sind Butter. Experiment beginnt. Mitarbeiter, bitte entstanden. Äh. Experiment beginnt. Keine Zurückhaltung. Das muss du mir nicht zweimal sagen. Ist das alles? Dann will ich nur die anderen Scheiß, die ja da oben treffen. Ja, und die Monter hält auch nicht mehr so lange auf. Ich mache wieder 這immer. Wenn wir noch nicht mehr so lange auf sieben. Ich gehe noch nie zu sehen. Ich denke, ich gehe jetzt diese Verwaltung. Ich gehe nur gerade auf sieben. Ich gehe jetzt das meg aus. Wir können mich vor. Ich gehe jetzt auf ihr nap. Es ist jetzt noch nicht mehr so lange. Ich gehe jetzt ein paar Minuten. Ich gehe jetzt anschauen. Ich gehe jetzt das damit. Ich gehe jetzt auf sieben. Ich gehe jetzt. Er hat irgendeine leichte Sprungschwankung. Mhm. Oh, oh, er hat ja so gerade Böse erwischt. Hm. Er tat böse Auer. Ich hab gehofft, dass ich ihn noch vorher nochmal blocken kann. Aber, nö. Alleine schaffe ich das nicht. Da kommt das bisschen noch. Jo, ja, weiter so. Du auch, Claude. Wie fühlt es sich an, wenn einem die Lieblingsspielzeuge zerstört werden? Immer wieder ein erquickendes Vergnügen, dessen ich wohl niemals überdrüssig werde. Nun, so weit, so gut. Dann zum nächsten Test. Negi, wie bist du denn da drauf gekommen? Jetzt kommt's. Er hat aufgepasst. Ey. Das wär ja mal ganz was Neues. Och, Negi. Du bist sehr intelligent. Alleine, wenn man schon bei dem, das, das, äh, Bio-Wissen berücksichtigt. Ja, er versteckt das halt nur gerne. Hm. Hey! Entschuldige die Störung, Arschloch! Oh, was für Ausdrücke, Ben. Oh, ich glaube, Matt hat schlechte Laune. Oh! What? So. Dann sei mal schön nett zu meinem Spielzeug. Voll unfair. Was wird das jetzt schon wieder? Och, nein. Och, nö. Hau den Lucas oder wie? Ah! 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 Ja. Sowas in der Art. Musik? Ja, die anderen beiden wollen sich wahrscheinlich ganz verschwinden. Oh, die haben vom Kopf her was vom Alien. Ah, der verdrückt sich gerade. Das ist das, was ich schon wieder nicht mag. Aber die sind sehr schockanfällig. Jupp. Auf ein neues. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Oh. Ein Blitz hat ihn noch erwischt. Au! Das ist unfair. Ja komm, verkriech dich einmal. Glimmelt. Ja klar! Der kann dabei abhauen. Das ist das, was ich meine. Das ist ein Ding und Möglichkeit. Der verschwindet gerade. Ach, macht er hier jetzt einen auf Bäumchen weg? Scheiß jerk. HierWelcome. Was macht die beiden dort? Oh, Ringelpiz mit anfassen. Oh, der kommt doch gerade da wieder hoch. Vor allem schon wieder keine Magie wirken. Hey, hast du gut gemacht. Bist der Beste. Kein dadadadadadada. Ne, heute mag er nicht. Man merkt's. Warum hast du keinen Turbo-Ather genommen? Kann ich noch nicht benutzen. Okay. Was war das? Wo ist der? Tut mir leid. Wer ist entkommen? Wir müssen hier raus. Ich hab die jetzt keinen Weg. Wer zieht die nicht? Hm. 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 Tief ich irgendwie? Ja. Die Bank kann mir jetzt richtig lieber gehen. Ja... Aber da ist noch ne Truhe. Ist nix, oder? Ja. Ja, dann ist er sich runtergucken, was er hat. Ja, nicht mal so mitgekriegt. Da hörst du ja mich. Mhm. Wobei, dass das nicht deine Aufgabe ist. Nimm bei. Dieser kleine Lappen ist ganz schön schnell für sein Alter und seine Möglichkeit. So. Das ist kein Krankenhaus, oder? Versuchsobjekte werden nicht verarztet. Hier wurde modifiziert. Wurde seziert. Heilige Scheiße. Das sind doch bestimmt die Geister. Hey, was soll das? Das sind doch bestimmt die Geister. Ja, hatte ich gerade auch vermutlich. Wollte wohl nicht Spielzeiten anhanden. Geh, kocht doch. Hat der eben gelacht? Ach, so ne Giftimmunität ist doch echt kaputt, Alter. Der ist doch schlimmer wie der Doktor. Das wird hoffentlich funktionieren nur, wenn ich jetzt nicht mehr schlafen kann. Das ist nicht angekommen, oder? Ich muss doch mal umfahren, ja. Übernehmen du. Das ist echt gemein. Das wird der Blamate. Zieh dich zurück. Oh, come on. Ja. Vor allem, die klauen mir ja noch Energie. Ja, das ist ein Schweine. Ja, das ist ein Schweine. Sobald irgendwie eine Kugel am Zerstören ist, oder so, ne? Ja. 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 draufgegangen und du hast es beim ersten mal durchgeschafft also von daher jetzt kommt wieder ein beschissen beim ja da hast du wenigstens ein mann aufgefüllt da habe ich gerade mit dem turbo langsam wird das alt von einem fahrstuhl ist nichts zu sehen lasst uns den anderen bescheid sagen so viele treppen sind das jetzt auch nicht vor 14 tagen wesentlich mehr ja definitiv 4 was um die tür zu öffnen müssen wir zurück zum zentralen wir müssen eine verbindung schaffen eine verbindung da verbinden niki kriegt auch ein tröster schon ich sehe ich krieg auch ein trösterchen oi jetzt sind wir aber durch mit trösterchens oder ich weiß nicht dafür müsste ich meins gucken das kann ich dir leider nicht eingeben ich krieg auch ein tröster schon ach barrett geh mit einem fetten breiten kreuz weg da kannst du mal gucken schauen niki ne das ist immer ein trösterchen wer da drüben ist ein funkgerät lasst uns die mädels fragen ob sie zum kontroll terminal kommen hängt da immer wieder ein nasser sack drüber hängt da immer wieder ein nasser sack drüber da ist irgendwas rausgeblatt da ist irgendwas rausgeblatt da ist irgendwas rausgeblatt das ist alles oh nein jetzt müssen wir schnell machen red ist ein tieferes stockwerk gefallen und muss dort alleine gegen eine horde von gegner kämpfen spielen wir da ist gold dann reden wir über eine horde eine ihm zu Hilfe bevor sein tp anzeige erschöpft jetzt hat er auf einmal tp sprich mir tiefer ja guter plan tiefer hörst du mich red ist nach unten gestürzt kommt ihr vielleicht zu ihm durch manchmal kriege ich den als haus hier schnell zu ihm die findet ihn ja auch süß so als haus und wofen kam mal schluss jetzt schluss jetzt HIER HAH 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 Ist die irgendwie eingebrochen? Ähm, was ist denn? Wenn man einmal weiß, wie man die Dinger bestiegen kann, ist das einfach so schwer. Vor allem, weil sie so kräftig ist. Ja, na, Magie definitiv. Sehr schön, Niki. Schön, dass du wieder da bist. Ach, im Endeffekt bin ich doch derjenige, der die Gassi geht. Mit Red. Red kann alleine Gassi gehen. Ich glaube, ich hätte mal irgendwie in der Zwischenzeit mal heilen müssen. Das ist mir irgendwie untergegangen. Ja, du willst halt zu Red, damit es ihm nicht schlecht geht. Ich darf hier nicht verlieren. Pass mich doch an. Kann ich hier nicht einmal weitergehen? Nein. Das ist mir egal. Ihr könnt es mir gerne versuchen. Bla, 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 bla. Das war's für heute. Ist wieder ein richtiger... Ne, ich hab Bock. Super Mädchen, Mädchen! Du hast voll verkackt grad wieder. Ich höre sie bereits rufen. Aber dann kannst du sie jetzt nochmal heilen vorher. Mhm. Dann funktioniert das garantiert besser. Ja. 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 Okay, wir bewegen uns mal nicht. Nicht bewegen. So sieht das doch schon viel besser aus. Oh, warte mal. Ist das nicht der, der explodiert? Ne, ne. Da haben wir doch gewusst. Ah ja, stimmt ja. Wir sind schon exklusiert. Ja. Mhm. 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 Ja. 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 Noch einer. Schluss mit dem Unfug. Oh. Jo, jo, jo. Wieso brauchen die eigentlich bei den normalen Kämpfen immer so lange? Keine Ahnung. Wenn du dann solche Sachen siehst, wo du dir denkst so, hm, okay. Das hätten wir auch schneller hinter uns bringen können. Im wahrsten Sinne. Ich glaub, da brauchen die wieder eine Aspirin. Ich glaube, der Aspirin hilft da nicht. Da muss was Stärkeres her. Es ist da. Und da ist er wieder. Ja, der ist so süß. Seht mal, ein Fahrstuhl. Den als Plüschfigur. Tja, wenn ich noch mit Yvonne gekontakt hätte, die konnte sowas machen. Diese Häkelkunst dafür. Wir haben unsere Rolle anscheinend noch nicht fertig gefüllt. Ja, nicht gehekelt, sonst richtig Plüschfigur. Ja, aber die kann das richtig gut. Es ist nur noch Sektion 4 übrig. Die anderen schaffen das schon. Ach, nö. Ich habe nur eine Drohne. Ach, die andere ist auch, wenn die Kiefer drauf ist. Nö. Die Kiefer macht alles, aber nicht das, was ich will. Ich glaube, da muss mit Yvonne mal gehen. Komm schon! Komm schon! Mit deinem Mütchen-Mütchen! Komm schon! Mit deinem Mütchen-Mütchen! Das ist doch eine Maschine. Und los! Genau hier! Nee, kommt gar nicht an! Genau! Ich wollte sagen, die triffst du nicht, weil sie nicht von ... Bin ich jetzt schon beim Maximum? Ach, wie ich solche Feinde liebe. Nein, muss ich doch nichts nehmen. Okay, mal gucken ob es klappt. Ja, das hat geklappt, kam von oben. Ne, Nummer 4 war es so. Hm? Transfusion initiiert. Transfusion initiiert. Stichproben-Test im festgelegten Bereich beginnt. Äh, muss ich mir jetzt Sorgen machen? Sicher nicht. Lass uns Cloud Bescheid sagen. Andere Seite. Ja, wir haben einen Fahrstuhl gefunden. Verstanden. Sehr gut. Aber er ist momentan außer Betrieb. Vermutlich hat Hojo ihn abgestellt. Sieht so aus. Als müssten wir seinen Plänen folgen und Sektion 4 aufsuchen. Die Tür müsste offen sein. Dafür haben wir gesorgt. Verstanden. Wartet, wo ihr seid. Okay. Dann lass uns mal zurück zu der Tür gehen. Jo, dann gehen wir mal zurück zur Tür. Ich hasse es geblitzt zu werden. Erstmal was Liebe und gute Bänkchen aufsuchen. Bis zum nächsten Mal.